Musik Fahren wir am Wochenende zusammen Fahrrad? Gerne. Gehen wir morgen zusammen einkaufen? Leider kann ich nicht. Lernen wir am Dienstag zusammen? Gute Idee. Kochen wir heute Abend zusammen? Warum nicht? Joggen wir morgen? Entschuldigung, ich bin morgen beschäftigt. Gehen wir heute Abend ins Kino? Leider habe ich keine Zeit. Trinken wir heute Nachmittag Kaffee? Vielleicht nächstes Mal. Tschüss. 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 Tschüss.